Wegen der Entzündung ist alles falsch. Wenn Sie müde sind, Magenprobleme haben, entzündliche Erkrankungen haben oder Schmerzen am ganzen Körper verspüren, dies sind alles Anzeichen dafür, dass sich unter der Oberfläche eine Entzündung abspielt. Ich werde Ihnen von einem starken Getränk erzählen, dass, wenn es jeden Tag getrunken wird, hat sich gezeigt, dass es die Entzündung vollständig beseitigt. Mein Name ist Dr. Arnel Gupta. Ich bin Experte für funktionelle Medizin und ich erstelle individuelle Pläne für funktionelle Medizin, um Menschen bei der Genesung von chronischen Erkrankungen zu helfen. Aus meinem Studium und meiner langjährigen Erfahrung in der Behandlung chronischer Erkrankungen. Ich habe gesehen, dass die meisten Menschen sich nicht mit der Entzündung auseinandersetzen, die die Ursache ihrer Probleme ist. Deshalb werden sie nicht besser, auch wenn sie verschiedene Diäten ausprobieren oder viele verschiedene Medikamente einnehmen. Sie tun nichts Besonderes, um die Entzündung in ihrem Körper zu lindern. Sie fühlen sich sofort besser, sobald die zugrunde liegende Entzündung behandelt wird. Alle ihre Krankheiten bessern sich und keine ihrer Symptome treten überhaupt auf. Lassen Sie mich Ihnen dieses kraftvolle Getränk zeigen, das alle richtigen Zutaten enthält, und hat in Tests gezeigt, dass es Entzündungen dauerhaft rückgängig macht. Lassen Sie mich zunächst alle Zutaten dieses Getränks auflisten, damit Sie verstehen, wie gut sie für Ihren Körper sind. Gleich danach verrate ich euch das Rezept für dieses tolle Getränk. Okay, fangen wir an. Zimt ist das erste auf dieser Liste. Viele Menschen wissen, dass Zimt ein tolles Gewürz ist, aber nicht viele wissen, dass es auch sehr gesund ist. Es wird seit Hunderten von Jahren verwendet, weil es in vielerlei Hinsicht gut für ihre Gesundheit ist. Das Beste an Zimt ist, dass er Verbindungen enthält. Verbindungen, die sowohl reich an Antioxidantien als auch sehr entzündungshemmend sind. Es enthält zwei spezifische Chemikalien, Zimtaldehyd und Zimtsäure. Keines davon ist gut für Entzündungen, aber beide helfen, reaktive Sauerstoffspezies in ihrem Körper loszuwerden. Die Entzündungen verursachen. Der Insulinspiegel und die Insulinempfindlichkeit des Körpers werden durch Zimt verbessert. Die Durchblutung der Leber und anderer Körperteile wird ebenfalls verbessert, was wiederum zur Verringerung der Entzündung beiträgt. Deshalb ist das erste im Rezept Zimt. Es gibt verschiedene Zimtsorten und jede ist auf ihre Weise gut für sie. Wenn Sie Ceylon-Zimt finden können, ist diese die beste Sorte für dieses Getränk, da sie die meisten Vitamine enthält. Kardamom ist der nächste Punkt, der Sie überraschen wird, weil man davon nicht sehr oft hört. Vor mehreren hundert Jahren verwendeten die Menschen Kardamom als Gewürz in ihren Speisen. Viele Menschen wissen nicht einmal, dass Kardamom gesund ist. Kardamom enthält viele Antioxidantien und Vitamine. Es enthält drei Arten von Antioxidantien. Cineol, D-Limonen und Alpha-Terpiniol. Deshalb ist Kardamom ein so wichtiger Bestandteil dieses Getränks. Diese drei Chemikalien sind sehr gut zur Reduzierung von Entzündungen geeignet. Kardamom ist hervorragend zur Linderung von Entzündungen im Darm geeignet, da es die Verdauung und die Darmimmunität verbessert. Es hilft auch mit entzündungshemmenden Eigenschaften. Tatsächlich trägt es dazu bei, ihren Darm gesund zu halten und Entzündungen zu lindern. Kurkuma ist das dritte auf dieser Liste. Die ayurvedische Medizin verwendet Kurkuma seit vielen Jahren, weil es gut für die Gesundheit ist. Kurkuma enthält eine Chemikalie namens Kurkumin, die das stärkste entzündungshemmende Mittel ist, das wir kennen. Tatsächlich vergleichen Studien, die Kurkumin mit Ibuprofen und anderen Medikamenten vergleichen, haben gezeigt, dass bei der Einnahme großer Mengen Kurkumin. Es hat viele der gleichen Auswirkungen auf ihren Körper wie diese Medikamente. Deshalb haben wir Kurkuma in diesen Tee gegeben, damit er Entzündungen lindern kann. Schwarzer Pfeffer ist das Vate, was Sie brauchen. Diesem Getränk wird schwarzer Pfeffer zugesetzt, damit Ihr Körper das Kurkuma besser aufnehmen kann. Forscher haben herausgefunden, dass der Darm nicht das gesamte Kurkuma aufnimmt, das wir essen, was ein Problem darstellt. Eine kleine Menge schwarzen Pfeffer in Ihrer Nahrung kann Ihrem Körper helfen, mehr als zehnmal so viel Kurkuma aufzunehmen. Deshalb geben wir schwarzen Pfeffer in dieses Getränk. Ein weiteres Lebensmittel mit sehr starken entzündungshemmenden Chemikalien ist Ingwer. Es enthält etwas namens Ginger-Ole, das ein starkes Antioxidant ist und etwas anderes darin, das Paradol genannt wird, das auch ein starkes entzündungshemmendes Mittel ist. Um dieses Getränk besser zu machen, wollen wir Ingwer hinzufügen. Zitrone oder Limette ist das nächste auf dieser Liste. Sie enthalten viel Vitamin C, weshalb wir sie gut verwenden können. Eine der großartigen Eigenschaften von Vitamin C ist, dass es unserem Körper hilft, Entzündungen sehr schnell loszuwerden, um jedoch das Beste aus Vitamin C herauszuholen. Es muss zusammen mit anderen Antioxidantien und entzündungshemmend N-Substanzen eingenommen werden. Aus diesem Grund haben wir all diese Dinge in diesem Getränk vereint, damit es Ihnen zehnmal mehr helfen kann. Entweder normaler oder grüner Tee ist das letzte auf dieser Liste. Dies wird die Basis Ihres Getränks sein. Ich mag grünen Tee lieber, weil er mehr Antioxidantien enthält wie EGCG. Aber Sie können normalen Tee verwenden, wenn Sie den Geschmack von grünem Tee nicht mögen. Interessanterweise untersuchten die Forscher die antioxidativen Moleküle in Teebeuteln und losem Tee. In dieser Studie wurde festgestellt, dass loser Tee mehr Chemikalien enthält, die Entzündungen bekämpfen und freie Radikale als Teebeutel. Deshalb ist es am besten, losen Tee zu verwenden, wenn Sie ihn finden, können. Sie können stattdessen auch Teebeutel verwenden. Jetzt wissen Sie, wofür die einzelnen Elemente gedacht sind. Sie können verstehen, warum wir es in diesem speziellen Getränk verwenden. Lassen Sie uns nun über die Mahlzeit sprechen. Reden wir jetzt über das Rezept. Wie bereiten Sie dieses Getränk zu? Dazu werden zwei Tassen Wasser benötigt, die in einem Topf gekocht werden. Schalten Sie die Hitze ab, sobald das Wasser zu kochen beginnt. Ihr Tee ist das erste, was Sie hinzufügen. Um grünen Tee oder losen Tee zuzubereiten, geben Sie einen Teelöffel des Tees in das Wasser, einen 4 Teelöffel. Gemahlener Zimt ist das nächste, was hinzugefügt wird. Danach ein 4 Teelöffel gemahlenen Kardamom dazugeben. Als nächstes fügen Sie etwas mehr als einen Teelöffel Kurkuma und ein paar schwarze Pfefferkörner hinzu. Anschließend sollte dem Getränk entweder ein halber Zoll frischer Ingwer oder ein Teelöffel gemahlener Ingwer hinzugefügt werden. Geben Sie diese Dinge zurück ins Wasser und lassen Sie sie weitere 5 bis 7 Minuten ziehen. Dann ist es Zeit, alles abzusehen und das Wasser in eine Tasse zu gießen. Pressen Sie eine halbe Zitrone in diese Tasse. Verwenden Sie keine frische Zitrone. Verwenden Sie stattdessen einen halben Teelöffel Zitronensaft. Wenn Ihnen das Getränk zu stark ist, können Sie für einen besseren Geschmack immer etwas Rohhonig hinzufügen. In den nächsten 10 bis 15 Minuten sollten Sie sich wirklich Zeit nehmen, dieses Getränk zu trinken. Wenn Sie das alles auf einmal trinken, kann es zu Magenschmerzen kommen. Am besten nippen Sie dieses Getränk langsam, damit Ihr Körper Zeit hat, es aufzunehmen. Früh oder spät am Morgen ist die beste Zeit, dieses Getränk zu trinken. Denn dann braucht Ihr Körper all diese entzündungshemmenden Inhaltsstoffe, um die Schwellung zu verringern und Ihnen ein besseres Gefühl zu geben. In nur einer Woche wird dieses starke entzündungshemmende Getränk die Entzündungen in Ihrem Körper verringern. Probieren Sie es aus und teilen Sie uns in den Kommentaren mit, wie es Ihnen gefallen hat. Ich hoffe, Euch schmeckt das Gericht. Wenn ja, dann gebt diesem Video bitte ein Gefällt mir abonniere meinen Kanal und teilen Sie es mit Leuten, die es nützlich finden könnten. Auf Wiedersehen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.